Moin Leute, was geht ab? Ich bin's und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Herzlich willkommen zu Minecraft World 2. Zum zweiten Part. Mit dabei ist natürlich wieder die liebe Nazalone. Hallo. Hi. Richtig voll mit Emotionen dabei. Ja, voll. Krass. Heute werden wir, wie im letzten Part schon angesprochen, noch ein bisschen Holz sammeln. Nico, können wir schlafen gehen, bitte? Alles klar, es ist nicht nach. Wir können nicht schlafen gehen. Ich werde Holz sammeln, dann mein Haus weiter bauen und sonst noch mal schauen, was so ist, ne? Du auch, oder? Ja, ich bauch Holz ab und verschönere mein Haus. Also, es ist noch mehr schöner als das Haus von mir, wie er aussieht. Mein Haus kann gar nicht, mein Haus kann nicht schöner sein als dein Haus. Ja, so richtig, genau. Ja. Alles klar. Dann baue ich eine Kiste, eine Doppelkiste direkt. Dann baue ich... Ich bin auf meine Karte. Ne. Oh, ich bin auf meine Karte. Freue ich. Ich packe direkt mal rein. Ich bin auf deiner Karte. Ich freue mich dann 16. Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Ah, ja. Jo. Äh, hallo. Das kommt auch da oben rein. Dann nehme ich die Karte mal kurz, aktiviere sie. Alles klar, ich habe eine Fackel platziert. Ja, ich sehe dich auch auf meiner Karte. Du bist blau. Echt? Ja. Ich bin weiß bei mir selber und du bist bei mir gelb. Aber es ist ja normal, dass ich selber... Weiß ist. Das ist ganz toll. Ähm, hier unten noch zwei Fackeln. Übrigens, es gibt einen Mülleimer. Einen organischen Mülleimer gibt's in Minecraft. Ha! Äh, du oder was? Ne, wirklich. Ich habe bei mir ein Zuhause stehen. Ähm... Warum bin ich gerade dauerhaft gesprungen? Ich bin einfach gerade automatisch... Ach, ich kann bestimmt reden, oder? Ne. Da kann man Zeug rein tun, also zum Beispiel Samen oder... Irgendwie... Kann man noch andere Sachen... Beine Schlamm. Ähm, kann man irgendwie Kartoffeln oder so auch einfach rein tun oder giftige Kartoffeln und dann wird es kompostiert und wird einfach nach der Zeit geleert. Das mache ich ernst. Das weiß ich schon seit vier Millionen Jahren. Hallo, ich habe lange kein Minecraft mehr gespielt, ne? Ne, ne, ne? Achso, hier, letzte Folge habe ich noch kurz ein bisschen Holz gesammelt. Äh, nicht letzte Folge, als ich offline war. Outcam. Outcam, genau. Äh... Ist auch gut, es ist überhaupt so, keine Ahnung. Kann ich trotzdem noch verarbeiten? Warum ist mein Ding? Kann ich trotzdem noch verarbeiten? Wenn ich jetzt nein, dann... Okay, kann ich. Gut, wäre ein bisschen bitterwendig. So. So, werde ich ein bisschen Holz abbauen. Jetzt erzähle ich mal was ein bisschen. Storytime mit Nähtalks. Ganz toll. Also, ähm... Ich will sagen, ich erzähle einfach mal, wie wir beide uns kennengelernt haben. Das war... Da war ich acht Jahre alt, glaube ich. Schon ein bisschen her. Acht? Ja, acht Jahre. Das war echt verdammt lang her schon. Dann bin ich umgezogen. Dann sind wir auf eine Schule gekommen und wir haben uns irgendwie direkt gut verstanden. Und ja, haben wir erfolgreich die dritte bis vierte Klasse absolviert. Bis wir wieder auseinandergerissen wurden. So richtig sad. Aber wir haben noch Kontakt zueinander. Sonst würden wir die Aufnahme jetzt nicht machen. Macht Sinn, ich weiß, aber... Ja. Genau. Und... Eier. Wie baust du eigentlich dein Haus aus? Ja, schön. Ja, ich auch. Bei mir ist immer alles schön. Okay, nein, ich nicht immer. Aber... Alles? Ich habe meine Axt gerade weggeworfen. Verdammte Axt. Es kam gerade von einem Eichenbaum bei mir. Einfach ein Birkensetzel. Nein, das geht gar nicht. Doch. Ich habe keinen Birkenbaum. Nein, 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 nein. Doch. Ich habe jetzt eine Aufnahme. Hier bitte nur mal einblenden. Nein. 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 Es ist einfach so. Ich will sagen, ich erzähle einfach mal, wie wir beide uns kennengelernt haben. Es stimmt aber nicht. Ist aber so. Oder ich habe einen Birkenbaum angebaut. Ich weiß es nicht mehr. Guck. Ich weiß es nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Eichenbaum war. Du weißt so vieles nicht. Zum Beispiel, was 27 mal 3000 hoch 88 ist. Ich will es auch reingessen. So. Da sind wir wieder zu Hause. Ich suche mein Haus erstmal. Ah ja, was war das bei dir gerade? Oh mein Gott. Ich habe jetzt 24 und 30. Okay. Ich drücke immer so aus versehentlich F1. Das gibt es gar nicht. Aus versehentlich. Aha. Aus versehentlich. Ja, es wird gesagt. Ja, es ist gutes Deutsch. Ich weiß. Ich habe das. Dann kommt sie weg. Was ist das da rein? Ja, tschüss. Ah, Kohle. und eine neue Axt. Kann ich eigentlich eine Axt da auch in den Müll reinhauen? Ne, schade. Ja, ein bisschen zu cool gewesen. Dann würde ich sagen, dann baue ich mir direkt mal eine neue Axt. Warum? Keine Ahnung. Also, ähm. Wie oft Nico einfach weg ist. Was hat der? Erstmal muss ich noch mein Bett hübsch machen. Ich will ja nicht in einem weißen Bett schlafen. Ich will schon hier in einem bunten Bett schlafen. Und deswegen Warte, wie macht man das nochmal mit dem Bett? Achso, ja. Peinlich. Jetzt habe ich ein gelbes Bett. So, und das kommt da hin. Und dann hole ich noch die schönen Fußabtreter von oben. Die gelben und weißen. Fußabtreter vor allem. Alles klar. Noch diese hässlichen Taille hier weg. Das können hier vorne ruhig Fußabtreter sein. Leute, ich bin back. Uh, er ist back. Leute, er ist back. Sieht besser aus. Nicht so. Hä? Ich will nicht, nein, ich will nicht schlafen. Doch, doch. Geh rein in dein Bett. Ich baue aber gerade. Jetzt geht's. Bett. Gott, ich will nicht schlafen, hässliche Zombie. Ja, ich, ich, ich bin, ich bin schlafen. Und bist du schlafen? Ja, der Zombie. Der läuft die ganze Zeit von mir weg. Also, tschüss. Und dann arbeite ich halt weiter. Ja, aber schlafen auch wirklich so, ne? Ja, jetzt kommt der Eisengolem. Töte es. Oh. Eisengolem, töt. Gut. Du kannst endlich schlafen. Ach, war Eisengolem. Ich hab mit einem halben Herz überlebt. So, jetzt geh ich schlafen. Warte mal, ich muss... Schlafen! Also, ein Bug anwenden. Dass ich im Bett drin bin. Der geht nicht. Hallo? Bei mir ist ein Kind, ne? Jetzt geh ins Bett und penn, Alter. Ich bin am Schlafen. Komm, du doch. Du bist nicht mal im Bett. Okay, doch, bist du. Was schüffelst du da schon wieder, ey? Hallo? Schleichwerbung. Nein. Spaß. Ich bin ich. Untertitelung. BR 2018 Oh, der erste Creeper. Oh, first Creeper. Ein halbes Herz, ich geh trotzdem verkommen ins Reise. Äh... Ah ja, okay. Ähm... Ich würde sagen, ich baue einfach weiter und schaue mir nachher... Ey, Nico. Das ist grad nicht dein Ernst, oder? Wo bist du runtergefallen? Das war ne ganz kleine Ebene. Keine Ahnung, wie ich da gestorben bin. Äh, du bist mit einem Halbzeit vielleicht... Und nach meines Erachtens hätte ich überlebt, ne? Du bist vielleicht einfach mit nem WTF? Warte mal ganz kurz. Und... Da hat sich ganz 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 ganz... Da hat sich erst mal meine Kamera verabschiedet. Äh, ja... Und Leute... Ratet mal, wer mich zu Minecraft geführt hat. Ich nicht. Das war... Der Nebio! Wirklich? Ich weiß es nicht mehr. Du bist gekommen... Du bist gekommen... Du hast die Xbox... Ich denke mir das auch noch so... Welt-Sensation noch nie gesehen. Alla Xbox One... Erste... Oh mein Gott, das will ich haben. Erste... Erste Moment war... Alla... Geil. Minecraft geil. X-Wux. Geil. Leute... Leute, wir sind weg. Hm. Der Niko macht immer Scheiße. Deswegen... Gibt es Probleme bei der Aufnahme? Alles nur Niko fühlt. Alles nur deine Schuld. Oh nein... Ne... Wo doch... Mal... Boaah, eine Todesfalle, ne? Ja... Wer kennt es nicht? Ich falle immer runter... Aber vielleicht mal das durchnehmen, was ich mitnehmen wollte. Das Deck sollte erst mal reichen. da baue ich halt von unten ist echt eine gute Idee, von unten zu bauen ja, nee, so nicht nego was geht da drüben in dem Dorf eigentlich ab? bei mir? langweilig baust du auch in deinem Haus ab? ja, ich baue gerade nur Holz ab ah, baust Holz ab ah, ah ja okay, wir haben wieder Zeit auf, tschüss das ist ja, ich baue gerade nur Holz ab, tschüss 5, 6 oh, es reicht perfekt danke dafür, mein Christgott jetzt brauche ich leid haben, ne? äh, mach's wann geht die Aufnahme weiter? ja, die geht schon weiter ach so, lol ja, und das Lieblingsessen von Nervio ist immer noch seine kacke Käse Sticks, die er früher immer dabei hatte ische Käse Sticks, man ja diese komischen Käse Sticks, die Kirchen, die Millram von der Marke Millram Dieses Ding, dieses komische Stink, was so die Dinger, wie bei Nutella, dieses komische Nutella-Ding, wo du dann in die Nutella reinsteckst. Das hast du immer dabei. Boah, so, ja, stimmt, ne? Alter, das, boah. Vor allem, wie du da mit einem angangst, ich bin so cool, ich hab Käses-Zeug. Ich hab Käses-Stinks. Ah, ja. Und ich dachte mir einfach nur, so, was ist das? Ja, jub doch keinen, was du da hast. Ich dachte mir immer so, das hast du aus der Schweiz importiert. Ja, ne, aus der Schweiz importiert. Genau. Billiger als Schweizer Käse, Spaß. Oh, der Schweizer Käse ist nicht billig. Und aber du dachtest, dass, ähm, Königsepp aus der Schweiz kommt, das war auch geil. Das was aus der Schweiz kommt? Königsepp, Kek. Was für ein Ding? Königsepp, Junge. Ach so. Ja, stimmt. Bis ich irgendwann gesagt hab, das kommt aus Schweden und so. So, Leute, ich mach's eh eh noch ganz kurz fertig. Ja. Und dann zur nächsten Folge so. Yo, Leute, die dritte Folge schon, Leute. Wie schnell geht das? Ja, voll schnell, ne? Das sieht hässlich aus, aber ich lass es so ein Stütze, ne? Irgendwie. Okay. Ich würde sagen, erst noch mein Brot. Sehr lecker. Sehr deliziös, würde ich sagen. Und dann... Oh, Leute! Der leg mich hier drauf und würde sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Abo, da würde ich mich sehr, sehr unterstützen. Und ich wünsch euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Euer E-Talks. Ciao, ciao. Willst du noch irgendwas sagen? Ciao, Leute! Pfff, auf, what the f***!